Wird mir jetzt nicht angezeigt. Nehmen wir uns einfach mal ein Heli mit. Kann nicht schaden. Komm, wir nehmen uns mal das Ding, was wir hier freigeschaltet haben. Jawohl, würde ich gern haben. Das fliegende Motorrad. Wow, warum fliegt das denn nicht? Ah, okay. Wow. Nicht schlecht. Aber ich muss die Musik wieder wegmachen, sonst gibt es Eche. So. Ah, wir sind schon da. Na komm, dann runter mit dir. Na, na, na. Geht das nicht schneller? Oh, ist doch ein Scherz, oder? Dass das jetzt so lahm runter geht. La, 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 la. So, und wir landen. Bam. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ganz ruhig. So. Ganz ruhig. Boah, das Ding lässt sich auch so schlecht steuern. So, jetzt aber runter und absteigen. Jawohl. Hat doch geklappt. So, kaufen wir erstmal das Ding. Dankeschön. So, hi. So, hi. Ah, upgrade to weapons. Das hab ich doch gesagt hier. Ah ja. Ah ja, Level 3. Und Level 4. Ha, schaut euch das Gerät an, ey. Und so machen wir natürlich weiter mit den Waffen, die wir hauptsächlich benutzen. Wir schauen mal die hier an. Jawohl. Level 2. Level 3 nehmen wir auch noch mit dazu. Und Level 4 nehmen wir auch mit dazu. Was ist das denn? Will ich gerade mal ausprobieren. Nehme ich gleich mal die Hand. Nehme ich gleich mal ausprobieren. Okay. Wow. Ha, ha. Schaut euch das an, Leute. Komm, guck mir jetzt auch gerade mal die hier an. Wow, nicht schlecht, ey. Olle Kamille. So, weiter. Oh, das ging aber schnell. Noch nicht mal hinfliegen, oder was? Ist das jetzt wieder nur so ein Video-Dingens? Okay, dürfen wir den jetzt einfach aufs Mal hauen, ja? Musst du sagen, ist auch schon ein ganz schönes Vieh, ey. Welch reiht denn eigentlich? Ich sehe gar keinen. Da ist doch niemand. Seht wie scheiße aus, weil ich mir den BH angezogen habe. Ha, 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 ha. Wie geil ist das denn? Schaut euch das an, ey. Okay, also anscheinend kämpfen wir nicht gegen ihn. Was ein Höhenunterschied allein. Was ein Höhenunterschied. Habt ihr das gesehen? Ja, ich will rein. Boah. Boah. Also gut, wir... Müssen die auf Deutsch hier umboxen. Weil rein kommen wir eben nicht. Ah, okay. Boah, Alter. Boah. Boom. Boom. Der hat eine Gummipuppe in der Hand, aber die will ich nicht. Ich will das Ding hier. Boom. Ja, komm, nimm es. Nimm es. Der will es nicht nehmen. Klar, der hat gelitten. Alles klar, was jetzt? Oh mein Gott. Boah. Boah, 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 hier geht es ja nicht rund. Boah. Boah, ho, 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 ho. Ich glaube, Jungs, Leute, hier, Leute, jetzt geht es rund. Schaut euch das an. Boah, ho, 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 ho. Oh mein Gott. Das ist so viel Blut, da ruckelt mein PC, ey. Boom! Kommt doch her! Boom! 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 Jawoll, ey! Die Waffe würde ich auch so nehmen, ey. Oh, da kommen immer mehr. Hohoho! Oh mein Gott, Leute, schaut euch das an, ey. Ich bin begeistert. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was soll ich da jetzt machen? Ja, ihn checken, klar, aber wie denn? Ah, okay. Einfach hingehen, so. Wow, jetzt geht's aber rund hier. Bam! Oh oh. Oh, das gibt's nicht, gell? Oh, oh, und, Achtung! Boom! Ja, ich nehme die Gummipoppe. Beim anderen ist er mir grad zu 100 dran. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Jetzt hab ich's. Bam! Bam! Boom! Okay, ich kann jetzt laufen mit dem. Boah, jetzt geht's aber rund hier. Bam! 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Wuuuuh! Der Hammer, ey! Komm rein, komm, komm, komm! So, da kommt wieder ne Gummipuppe geflogen. Also, meine Moves sind cooler als den seiner, aber es dauert halt immer so lang mit dem Scheiß aufstehen. Ja, ich will doch, dass du das aufhebst, verflucht. Komm, heb's auf! So, aber irgendwie... Er hat das Ding will ich. Danke! So, den verprügeln wir jetzt wieder schön und jetzt gehen wir wieder nach hinten. Bam! Jetzt können wir wieder drauf. den wieder hier an die Ecke latschen. Und wieder dasselbe Spiel. Ja, komm schon! Bam! Voll in die Eier! Mit meinem wunderschönen BH, ey! Oh, jetzt geht's rot. Oh, 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 oh! Bam! Hahaha! Boah, der hat Schmerzen, ey, aber der soll ruhig wieder reinkommen. Komm, rein! Was ist das für ein Kerl hier? Komm her! Boom! Alter, keine Chance, Mann! Okay, also wir dürfen ihn auf keinen Fall direkt angreifen. Oh, jetzt müssen wir wieder warten. Also das ergibt eine geile Folge hier, also. Der Hammer, Leute. Na auf, komm, nimm's auf! Nimm's! So, wieder dasselbe. Warum probiert er das auch immer wieder mit demselben Zeug hier? So langsam müsste er es auch verstanden haben, dass er es damit nicht schafft. So, komm, wir laufen und laufen. Mal sehen, was diesmal für ein Move kommt. Zack! Three! Four! Boom! Ja, komm, spring hier! Gib's ihm! Bam! Also, anscheinend haben wir ihn geschafft. Ähm. Okay, Fist-Weapon. Leute, was denkt ihr? Was würdet ihr tun? Entweder die Maske von dem und wissen, wer da drunter steckt. Oder eine schöne Waffe bekommen. Aber ich will wissen, wer da drunter steckt. Ich will's wissen. Yo, zeig, wer du bist, Mann! Ja, Leute! Wuhu! Boah, das ist... Boah, ich weiß, wer das ist. Oder? Ist das nicht hier der Army-Typ? Leute, ich glaub wirklich, das ist der Army-Typ, oder? Boah, jetzt geht ab, ey. Oh, jetzt ist er böse auf uns, ey. Und ich, das ist der nicht, oder ist das der, ach nee, der andere hat ja graue Haare. Aber es wäre lustig gewesen, wenn das gewesen wäre. Aber es wäre lustig gewesen, wenn das gewesen wäre. So. Wenn der Waffe lassen wir uns doch nicht bestechten, also... Können wir uns bestimmt auch irgendwann kaufen. Und wenn nicht? Mir reichen meine aufgepimpten Waffen von der AK bis zur... Sonst was, was wir alles haben, ne? Okay, wir sind jetzt hier. Jawohl. Boah, seht ihr die Karre da? Ich brauch diese Karre. Nein! Bleib stehen! Fuck! Bleibt er stehen? Bleibt er stehen? Er bleibt stehen, glaub ich. Ja. Dammit, Piss. Oh, hey. They come to the crib. We got something important to talk about. So. Wow. Wow. So. Ein bisschen Mucke wieder. Nachdem wir müssen in die Richtung. Boah, was ein Wagen. Ey, Leute. Wir müssen bevor den Pimpen jetzt erst nochmal auf. Ey, ganz ehrlich. So, wir holen jetzt nochmal unsere Kohle. Dankeschön. Und dann gucken wir mal auf die Map, wo wir denn vorbeikommen. Ah, schaut mal hier. Da fahren wir natürlich auch direkt lang. Was ist das denn für Musik? Die hab ich doch gar nicht angemacht, oder? Das...